Seekrauts Willkommen zu diesem Zu dieser Flappo, die es in sich hat Genau Nicht nur, weil wir eine ganze Menge zu erzählen haben Sondern weil das jetzt auch schon unser dritter Anlauf ist Weil die Technik nicht ganz so will, wie wir sie gerne hätten Genau so ist es Wir mussten so ein bisschen hier umdisponieren Im Hintergrund kriegt ihr nicht viel von mit Aber ja, wir wollen einfach direkt anfangen Wir haben die Themen an der rechten Seite eingeblendet Ihr seht es oben auch schon Von Britannien zum Mond ist das Thema Und ja, es wird ein Update geben am 1. April War doch kein April, Schatz Oder Uwe? Es wird ein ganz großes Update geben 1,6 GB der Pre-Patch läuft schon Ich kann euch nur empfehlen, ihn auf jeden Fall durchzuführen Damit es am Montag reibungslos wird Ihr wisst Never play on a patch day Sagt man ja immer so schön Am Montag werden die Server ziemlich Ja, ich will nicht sagen überlastet sein Das hoffe ich nicht Aber sie werden ziemlich gestresst sein Weil es kommt auch eine ganze Menge Neues rein Und deshalb die 1,6 GB muss jeder laden Also versucht im Vorfeld schon mal So ein bisschen was vorzubereiten So ist es Ja, was kann man sagen Geht am 1. April los 7 bis 10 Uhr ist die Downtime der Server Also deutsche Zeit ist dann 8 bis 11 Uhr Und ja, es gibt dann auch die Möglichkeit Wieder Kapitäne zurückzusetzen Das ist ja das, was Wargaming schon vor einiger Zeit angekündigt hat Nämlich vom 1. bis 8. April Könnt ihr die Kapitäne skillen, zurücksetzen, skillen, zurücksetzen Unbeliebig, wie ihr das wollt Und ihr könnt Module, also Verbesserungen ausbauen Und wieder einbauen Auch solange ihr wollt Solange ihr die Module im Inventar habt Sind halt nur diese Ausbau- und Einbaukosten Diese 25 Dublonen, die da sonst immer anfallen Die sind eben rabattiert auf 0 Genau, das heißt, ihr könnt einfach schauen Der britische Forschungsbaum Der Träger kommt ja nun ins Spiel Ihr könnt also nochmal eure Captains probieren Zu verbessern Andere Skills einfach auszuprobieren Völlig andere Bills zu nehmen Und, darf man nicht vergessen Clan Warf steht vor der Tür Und auch dafür ist das kostenlose Umskillen Natürlich sehr gut und sehr wichtig Sehr praktisch Gut, wir haben das Thema intergalaktische Spiele schon eingeblendet Und wir wollen jetzt mal ein bisschen darauf eingehen Was gibt es denn für intergalaktische Spiele? Wir hatten euch schon eine Flaschenpost vor kurzem gemacht Wo wir euch darauf hingewiesen haben Wie ihr Ironium verdienen könnt Weil das ist die temporale Ressource Die jetzt in Zuge der intergalaktischen Spiele Euch zur Verfügung gestellt wird Und wir haben dann hier verschiedene Schlacht- oder Kampftypen Fangen wir direkt oben an mit den Saturn-Ringen Das sind dann hier Ist dann ein umgebautes Epizentrum Kann man sagen Oder ist immer noch ein Epizentrum Nur, dass die Ringe unabhängig voneinander erobert werden können Das heißt, innen kann rot sein Der mittlere kann wieder grün sein Unter äußerem meinetwegen auch grün Oder wie auch immer Auf jeden Fall hängt es jetzt nicht mehr davon ab Der, der innen ist Quasi das komplette Epizentrum blockiert Sondern es einfach wirklich jeder Sektor einzeln in sich hat Geht da mal wieder so ein Weg So ein bisschen zu experimentieren Vielleicht für zukünftige Gefechtsmodis Die dann auch für das Standardgefecht mit den normalen Kampfschiffen verfügbar gemacht werden soll Vielleicht bauen sie das Epizentrum so wie wir es jetzt kennen Dann halt, wenn das gut funktioniert, halt auch um Damit einfach ein bisschen mehr Dynamik reinkommt Und damit die Leute nicht immer nur außen um das Epizentrum drum herum schleichen Sondern nicht nur die DDS sagen Oh, es lohnt sich jetzt mal reinzufahren So, wenn man das machen kann Mit den verschiedenen Ringen Ja, ich finde es ganz spannend Also gucken wir mal, was dann letztendlich bei rumkommt Ich finde es auch total cool Dass sie da jetzt so ein bisschen mehr Dynamik mit reinbringen wollen Es gibt nämlich noch eine zweite Variante Wo auch noch mehr Dynamik mit dazu kommt Nämlich Doppelstern Das sind am Ende, ist das ein Standardgefecht Mit Base A und Base B Und ja, die überlappen sich so ein bisschen In der Mitte seht ihr hier so eine Ellipse Die sich da so bildet Und ihr müsst eigentlich permanent dafür sorgen Dass ihr den Feind unter Beschuss haltet Weil ihr damit dann immer wieder diese Capture the Base sozusagen resettet Mit der Zeit werden diese Basen Sich verkleinern Immer weiter und immer weiter Aber durch den Fortschritt des Gefechts Werdet ihr halt immer ziemlich eng beieinander bleiben müssen Damit die Basis eben nicht schon ganz schnell erobert wird Damit ihr halt verteidigt Diese beiden Gefechtsmodi Die ich euch jetzt vorgestellt Oder wir euch jetzt vorgestellt haben Entschuldigung Vom 1. bis 7. April verfügbar Ich muss mich daran gewöhnen Dass wir jetzt zu zweit sind Und ja, es gibt dann aber noch weitere Gefechtsmodis Diesen Raumangriff zum Beispiel Und Uwes Lieblingsspielchen Torpedo-Suppe Die soll lecker sein, habe ich gehört Erzählst du was zur Torpedo-Suppe? Ich erzähle was zur Torpedo-Suppe Und du zum Raumangriffst Weil den hattest du ja schon auf dem Test-Server Torpedo-Suppe ist also im Grunde genommen Auch eine Art Epizentrum Wo ihr aber nur mit Zerstörern unterwegs seid Und diese Zerstörer haben hauptsächlich Torpedo-S Und zwar, ihr seid sehr schnell unterwegs Eure Torpedo-S sind sehr schnell unterwegs Geschütze werden quasi degradiert So Secondary Und es gibt dort wirklich Also wir vermuten einfach mal Dass es ein riesiges Torpedo-Gemetzel gibt Ähnliche Sachen haben einige Clans Schon in einigen Events Mal selber im Übungsraum dargestellt Das hat so viel Anklang gefunden Und so viel Spaß gemacht Dass Wargaming gesagt hat Wow, sowas bauen wir auch mal ein Und ich freue mich da einfach richtig drauf Da, ja, da geht es richtig zur Sache Aber wie gesagt, es gibt noch einen vierten Das ist der Raumangriff Den konntet ihr schon mal sehen Auf einem Livestream von Andi Aus dem Test-Server Und, ja Wir befinden uns auf dem Planeten Rhesus Voll mit Ironium-Inseln Und ihr seht es ja hier So ein bisschen im Bild schon eingeblendet Es gibt eine angreifende Truppe Und es gibt eine verteidigende Truppe Die verteidigende Truppe muss eine Basis verteidigen Die mit vier Generatoren betrieben wird Und der Angreifer hat eine bestimmte Zeit Um diese Basis zu zerstören Jedes Mal, wenn ihr einen Generator zerstört Dann verlängert ihr diese Zeit Wie die Basis zerstört werden kann Ihr als Angreifer könnt alles riskieren Ihr fahrt nach vorne Haut da vorne rein Was da Zeug hält Mit eurem Schlachtschiff möglicherweise Und sterbt Und fahrt dann wieder von vorne an Könnt also immer wieder respawnen Während der Verteidiger sich sehr taktisch verhalten muss Und sich geschickt positionieren sollte Er wird permanent geheilt Von der Basis Und, ja Muss aber zusehen Er hat da überlebt Weil wenn er einmal tot ist Ist er tot Und respawnt nicht wieder Das ist das Was man als Besonderheit dazu sagen kann Raumangriff ist verfügbar Nach dem Doppelstern Und nach den Saturnringen Vom 8. bis 14. April Und die Torpedosuppe Die Uwe eben gerade vorgestellt hat Vom 15. bis 24. April Zum Raumhafen Zum Raumhafen Sag ich schon Zum Raumangriff noch ein Wort Du hattest das ja auf dem Testserver Und da war es ja damals Sagtest du schwierig zu unterscheiden Bin ich jetzt Angreifer oder Verteidiger Weil das nicht so angezeigt wurde Da hoffen wir mal Dass sie da ein bisschen nachgelegt haben Und das vielleicht ein bisschen klarer Und deutlicher jetzt darstellen Davon gehe ich jetzt einfach mal aus Sie hatten drei neue Versionen Von dem Raumangriff Nochmal auf den Server aufgespielt Und einiges ausprobiert haben Nochmal verändert haben Auch vom Balancing her Haben sie einiges nochmal verändert Generatoren ein bisschen exponierter hingestellt Damit sie leichter zu zerstören sind Weil sie doch am Anfang Im ersten Gefechtsmodus Waren sie sehr sehr schwer zu treffen Und dadurch das Gefecht eben zu verlängern Aber Raumangriffe sind natürlich nicht Mit Standardschiffen zu machen Sondern wir brauchen Raumschiffe dafür Und ja Wargaming hat sich gedacht Wir bringen die Raumschiffe zurück Die ihr schon kennt Aber hat noch weitere hinzugefügt Und das ist dann die Hindenburg Und die Shima Kase Die dann neue Tarnmuster auch erhalten Und so weiter Ihr habt hier ein paar Bilder Natürlich zu sehen Von der Galaxy Oder von der Century Hawk Der Ding hier heißt Firefly Die Gearing die da umgebaut ist Der All Destroyer Die Paris Das ist eine Republik Die umgebaut ist Die Norma ist eine Minotaur Und die Aurora eine Moskva Es gibt noch ein paar andere Schiffe Ihr werdet nicht von Beginn an Alle Schiffe haben Sondern Teil der Schiffe haben Ihr müsst dann in den Aufgaben Nach und nach diese Schiffe freispielen Und bekommt dafür jedes Mal Ironium Eine neue temporäre Ressource Die euch in die Lage versetzt Dann permanente Weltraumtarnmuster Für T10 Schiffe Ja zu bekommen Und zwar halt nicht nur für T10 Schiffe Entschuldigung Sondern früher Amerikanische und französische Schwere Kreuzer Wenn ich dazu richtig verstanden habe Von T6 bis T10 Hier steht nur Kreuzer Das muss man dann nochmal sehen Das ist so ein bisschen Die Sache Stimmt die Übersetzung Ja, nein Aber das Ganze nennt sich dann Bionic Und das könnt ihr im Übrigen Zusätzlich auch für Düblonen kaufen Wie ihr das schon bei den anderen Permanenten Tarnungen kennt Es gibt allerdings auch Diese Bionic Als Verbrauchsgut Als Verbrauchstarnung Und die bekommt ihr dann Zum Beispiel in den Direktiven Als Gewinn Oder auch Bei den Login Geschenken Zu denen wir dann später noch kommen Da gibt es dann Das Ganze auch drin Genau Und da gibt sie Könnt ihr Diese Tarnung ist dann aber auch Nur für T6 bis T9 verwendbar Also da kann Mit den Verbrauchen Das hatten wir vorhin schon mal Ganz kurz besprochen Ob das jetzt Verbrauch ist Wenn es Verbrauch ist Dann dürfte es ja auch Bei T2 und T10 anwendbar sein Hier wird jetzt explizit Auf T6 bis T9 hingewiesen Eigentlich müsste das ja dann Auch wieder eine permanente Tarnung sein Ja Ja Schwierig Wir werden es sehen Wir werden es sehen Es ist wie immer bei Wargaming Das was sie da schreiben Ist nicht so ganz eindeutig Und man lässt auch manchmal ein paar Fragen Kommen wir nachher auch noch zu Dahinter Aber okay Klar Es müsste rein theoretisch Auch da eigentlich eine permanente sein Aber warum gibt es die dann Für Dublonen Und warum gibt es die dann In den Direktiven Da brauche ich es mir nicht Für Dublonen kaufen Also ist alles noch Ein bisschen offen Werden wir machen Genau Es können ja auch unterschiedliche Tarnungen sein Die dann möglicherweise eine Rolle spielen Genau Die dann Eine sind für Dublonen erhältlich Die könnt ihr nur kaufen Und die andere Variante davon Könnt ihr dann eben erspielen So was in der Art Wird es dann wahrscheinlich sein Aber genug von den Weltraumgefechten Sondern Wir kommen wieder zurück Zu eher irdischen Vergnügungen Nämlich das Event Flystrike Und win Genau Das geht in die nächste Runde Ihr kennt das ja schon Es begleitet uns schon Ein paar Wochen Ihr habt die Direktiven Mit den Aufgaben Es ändert sich jetzt Ab sofort Insofern Als dass es nur noch Vier Direktiven gibt Also jede Woche Nur noch eine einzige Nicht mehr so wie bisher Und jede Direktive hat Zehn Aufgaben Das heißt die werden Die Direktiven werden Wöchentlich freigeschaltet Und müssen wie bisher Auch nacheinander abgeschlossen werden Ja und da könnt ihr Verschiedene Sachen Nämlich permanente Weltraumtarnmuster Wie wir eben schon besprochen haben Für die erforschbaren Amerikanischen und französischen Schweren Kreuzer Und ihr könnt Und jetzt kommen wir Zu dem Punkt Den viele bestimmt Interessieren wird Ihr könnt dort auch Container gewinnen Es gibt neue Container Genau Und zwar die Marineflieger Container Ich möchte eine Sache Aber noch erwähnen Das ist auch wieder Dieser Widerspruch Bei Wargaming auf der Seite Oben wurde nur von Amerikanischen und französischen Kreuzern gesprochen In dem Artikel Wird dann von Schweren Kreuzern gesprochen Ja 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 Das ist so Irgendwie Ja wir werden uns Überraschen lassen müssen Aber wir kommen jetzt Direkt zu den Marineflieger Geschichten Ich habe die jetzt hier Gerade für euch Runtergescrollt Oder aufgerollt Ihr seht jetzt hier Eure Übersicht Welche möglich sind Was man vielleicht Direkt von Beginn an Sagen kann Premium Flugzeugträger Werden demnächst Wieder im Premiumland Verfügbar sein Das wird sicherlich Ganz viele von euch Da draußen super freuen Ich bin auch total gehypt Ich bin ein Fan Von diesem Von dem CV-Revork Ich weiß Das ist jetzt nicht Gerade besonders Wie sagt man Beliebter Thema Und ich setze mich Damit so ein bisschen In exponierte Position Sag ich jetzt einfach mal Nee, nee, gar nicht mal Es gibt viele Leute Die das machen Aber es gibt halt auch Viele die sagen Nee, nee, nicht so Und so weiter Denen vielleicht Dieses ganze Balancing Jetzt zu lang gedauert Hat die gesagt haben Das hätte man vorher Testen sollen Und so weiter Die jetzt einfach Vielleicht auch am Anfang Getestet haben Und jetzt mit dem Endergebnis Nicht zufrieden sind Also es ist sehr kontrovers Ja, kontrovers Ist ein gutes Wort dafür Genau Einige Leute mögen es Einige nicht Aber nichtsdestotrotz Egal ob man es mag Oder nicht Die Kraft Zeppelin kommt wieder Und insofern Ich glaube da gibt es kaum jemanden Der sagt Ja, ist mir egal Oder will ich nicht Oder habe ich nicht Oder so weiter Die will man Selbst wenn man Kein CV-Fan ist Und selbst wenn man es Fast nie fliegt So wie ich Trotzdem möchte man Die Kraft Zeppelin Genau Das ist einfach was So Und es gibt in diesen Containern Vier Möglichkeiten An Das seht ihr auch eingeblendet Vier Möglichkeiten An Träger zu kommen Die Enterprise Die Kraft Zeppelin Wie eben schon erwähnt Die Saipan Und die Kaga Genau Dazu gibt es Kohle 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 Jedem Menge Kohle Spezialsignale Und Weltraumtarnung Genau Da muss man dazu sagen In den normalen Containern Die ihr auch aus den Direktiven Bekommen könnt Können bis zu 2000 Kohle sein Und in den Premium Containern Können bis zu 12.500 Kohle drin sein Das ist wirklich eine Menge Und Der eine oder andere Hat schon Trotz der John Bar Oder Anderer Sachen Die er sich da gekauft Hat trotzdem wieder gut gespart Und das werdet ihr auch brauchen Weil die nächsten Kohleschiffe Aller Wahrscheinlichkeit nach Teurer werden Insofern Kohlebunkern Vielleicht nicht gerade Für Signale ausgeben Da eher Credits nehmen Und Sich freuen Wenn man hier aus den Containern Dann auch noch ein bisschen Kohle dazu bekommt Genau Und da kommt ja zum Beispiel Einschrift die Yoshino Die mir gerade so einfällt Die soll für Kohle kommen Ob da 240.000 Kohle Einheiten ausreichen Ja Ist eine große Frage Schauen wir einfach mal Was da passiert Es wird ja viel gemunkelt In der Kommune Genau Gerüchte machen das Ganze Ja auch spannend Und lebendig Also Container Sicherlich werdet ihr auch mal So den einen oder anderen Container Bei uns wiederfinden Beziehungsweise von uns Wiederfinden Denke ich mal Genau Das Dafür sind wir ja bekannt Und insofern Immer schön Auch mal in den Livestream Reingucken Mal gucken Was wir da für euch So alles haben Genau Wir haben gerade Und auch dafür herzlichen Dank Und auch in dieser Beziehung Was man vielleicht noch sagen Haben Die wurden nämlich angepasst Auf 11.000 Bin ich der Meinung Dublon Irgendwie so um den 11.000er Bereich Das ist eine ganz schöne Menge Das ist eine ganz schöne Menge Also dann wünsche ich mir bitte Einen Auftrag für die Enterprise Weil die habe ich am Hafen Genau Aber apropos Geschenke Es war jetzt kein Geschenk Aber apropos Geschenke Es gibt auch wieder Geschenke Bei Wargaming Nämlich vom 12.000 bis 26. April Und ihr müsst nichts dafür tun Ihr müsst euch einfach nur In dieser Zeit Zehnmal ins Spiel einloggen In diesen 14 Tagen Und dann bekommt ihr Beim Einloggen schon Jeweils ein Geschenk Und es sind dann auch Wieder solche Sachen Wie Dublon Container Premiumzeit Die Weltraumtarnung Credits Das ganze Programm Das ganze Programm Einfach einloggen Freuen Und mitnehmen Und ihr müsst nicht Und ihr müsst nicht mal spielen Nö Wenn ihr nicht wollt Nicht mal spielen Wobei Das ist ja eigentlich Auf der Hauptspaß ist Genau Apropos Hauptspaß Wir kommen zum Ja mit zum Hauptthema Würde ich sagen Ja zu den Flugzeugträgern Und das bringt mich Erstmal ganz kurz Zu einem anderen Punkt Und zwar werden alle Kronen Jetzt mit dem Update 082 Umgewandelt Und zwar in Florenz Im Kurs 1 zu 8 Das heißt Ihr habt jetzt noch Das ganze Update 082 Um diese Florenz Für Signale Oder ähnlichen In der Waffenkammer Wie das in Zukunft heißen wird Einzutauschen Wenn ihr das da auch nicht macht Wer nach dem Update 082 Also mit dem Aufspielen Des Updates 083 In einem Monat Dann auch diese Florenz In Edits umgewandelt Das nur schon mal Als Hinweis Ihr solltet also jetzt Zusehen Dass ihr eure Florenz Ausgibt Für sinnvolle Signale Die ihr möglicherweise Brauchen könnt Und jetzt kommen wir dann Zu dem Punkt Der Flugzeugträger Die britischen Flugzeugträger Waren jetzt ja In diesem Update 081 Verfügbar als Premium Flugzeugträger Wenn man dazu sagen möchte Man konnte sich die erspielen Mit Kronen und Florenz Sich der freischalten Und mit dem Update Was jetzt kommt Das, was wir jetzt euch Gerade vorstellen 082 Das wird dafür sorgen Dass die Flugträger Von Premium In einen Forschungsbaum Integriert werden Sie werden angelegt An die Zerstörer Die ihr quasi Einen T2 oder 3 Zerstörer Braucht ihr vorher Ne T4 Zerstörer Müsst ihr vorher Freigespielt haben Bevor ihr dann Den Flugzeugträger Wechseln könnt Und dann Mit der Hermes Mit dem Anfang Die Krone der Flugzeugträger Der britischen Royal Navy Wird die Audacious sein Oder Audacious Und sie wird sich Ganz besonders Durch die Rechtseffizienz Auszeichnen Die Flugzeuge Werden die meisten Treffer Punkte im Spiel haben Und der Abwurf Der Torpedos Die spitz zulaufend Sein werden Ermöglichen euch Oder versetzen euch In eine Situation Sodat auch der Tech Eines Verstörers Oder eines Schlachtschiffes Oder wie auch immer Das von euch wegfährt Also nicht die Breitseite Zeigt Gut zu torpedieren Wo ihr die doch Sehr genau abwerfen könnt Ein zusammenlaufender Torpedofächer Und die Bomber Können eine riesengroße Menge An mit Bomben Und Raketen Transportieren Also ist die Bedrohung Aus der Luft Für einen britischen Flugzeugträger Sicherlich sehr sehr Groß Und allen Versprechen Kann ich euch Zischung geben In dem Update Oder wenn das Update Verfügbar ist Werdet ihr ganz schnell Mit Audacious Freischalten Und dann am Dienstag Den Was ist das dann Der 2. April Werdet ihr die Audacious Auf jeden Fall Bei uns im Livestream Gehen können Egal ob ich alle XP Zusammen habe oder nicht Die wird auf jeden Fall Geholt Gut und dann gibt es Weitere Verbesserungen Und zwar an der Benutzeroberfläche Die sich hier Jetzt einstellen werden Mit dem Update Und das muss halt Ein bisschen aktualisiert werden Ihr seid sehr sehr schnell Unterwegs Und habt nicht so viel Zeit Kleine Zahlen irgendwo Abzulesen Ihr seht es Oben links sieht man Den Blickwinkel Von den Piloten Oben rechts Wenn man dann Die Alt-Taste gedrückt hat Und unten sieht man es Dann jeweils Wenn ihr mit der Kamera Auf dem Flugzeugträger wart Und unten rechts Seht ihr dann die Variante Wenn ihr auf dem Flugzeugträger wart Und die Alt-Taste gedrückt habt Also wir brauchen schon Vier Fenster Um überhaupt Die ganzen Gefechtsmodi Darzustellen Ihr seht es Das ist alles ein bisschen kleiner Die Zahlen sind weiß Kein vernünftiger Hintergrund Und auf dem Flugzeugträger War überhaupt nicht zu erkennen Wann die nächste Fluggruppe parat steht Weil da gar kein Countdown Mit der Alt-Taste eingeblendet wurde Und in Zukunft Wird es jetzt so sein Wie ich es euch jetzt gerade zeige Nämlich Ihr werdet dann So kleine weiße Pernöxel In euren Fluggruppen finden Wo ihr genau sehen könnt Wie groß die Fluggruppe Abgegliedert ist Und ob die Fluggruppe Denn mit einem vollständigen Flugzeug Ausgerüstet sein wird Also mit zwei Oder mit drei Oder vier Je nachdem wie groß die Fluggruppe Eben ist Oder ob da nur ein Flugzeug Oder halt nicht Die Fluggruppe Vollkommen ausgerüstet sein wird Das kann man also Jetzt leichter im Vorfeld erkennen Drückt man jetzt die Alt-Taste Sieht man unter den Anzahl Der Flugzeuge Dann einen schwarzen Countdown Ihr seht es hier Auf dem rechten Bild oben Ja so eine schwarze Fläche Wo Zeit runterläuft Das ist dann diese Zeit Bis wann der nächste Flieger eben Zu sehen ist Oder wann er dann Wieder erscheint Und auch im unteren Bereich Wenn er auf dem Träger sitzt Dann könnt ihr hier Ja einfach eine bessere Übersicht bekommen Indem ihr die Alt-Taste drückt Seht ihr dann einfach nochmal Groß in weißen Zahlen Auf schwarzem Grund Eingeblendet Wann dann die nächsten Flieger Auf euer Deck Geschubst wurden Ich finde das eine richtig Gute Ergänzung Beziehungsweise ein gutes Update Weil ich bin auch jemand Der wenn er fliegt Sich da sehr sehr stark Darauf konzentrieren muss Dann einfach die nächste Staffel holen will Und feststellt Oh Mist Du hast ja gar nicht Richtig viel Flugzeuge Weil ich es gar nicht mitbekommen habe Wie viel zur Verfügung steht Ich finde das gut An die Alt-Taste muss man sich Ein bisschen gewöhnen Aber das ist auf jeden Fall Von der Übersichtlichkeit Mit dem dunklen Hintergrund Den weißen Zahlen Ist auf jeden Fall Besser dargestellt Finde ich Die Fingerfertigkeit Beim Flugzeugträger Fliegen sozusagen Ist sowieso Relativ intensiv Weil man hat sehr viele Verbrauchsmaterialien Eine R-Taste Eine T-Taste Eine Y Eine F-Taste Und jetzt noch Eine Alt-Taste dazu Also ich brauche eigentlich Sieben Finger in einer Hand Und dazu will man ja dann Vielleicht noch W oder S drücken Oder A oder D für links und rechts Und so eine Sachen Also ja Timing It is Action Man kommt so ein bisschen vor Wie ein Rennfahrer der Lüfte Und ja Nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz Hat man hier noch Eine Kapitänsfertigkeit Die bis jetzt Immer noch verwendet wurde Und das soll in Zukunft Verhindert werden Oder verändert Verändert werden So rum Die Zerstörer Sehen sich immer noch Der Situation ausgesetzt Dass sie sehr früh Und sehr zeitig Gespottet werden Und ja Das einfach Dass sie quasi Zu Tode gehetzt werden Kann man sagen Und die Funkordnung Hat euch als Trägerkapitän In die Lage versetzt Sehr sehr schnell So eine Sachen Durchzuführen Und damit Einfluss Auf Gefecht zu nehmen Und deswegen wird die Funkordnung Jetzt verboten Und ja Wenn ihr den Kapitänskill Ausgeschult hattet Oder ausgebildet hattet Dann bekommt ihr jetzt Vier Kapitänspunkte Fertigkeitspunkte Wieder gut geschrieben Und der Skill Ist nicht mehr Für den Kapitän Verfügbar Oder hat halt Keinen Nutzen mehr Selbst wenn ihr die Punkte Da wieder reinsetzen Solltet Nichtsdestotrotz Wir hatten Eingangs gesagt Die Kapitäne Können umgeschult werden Also komplett resetet werden Geprüft werden Wieder umgeschult Und so weiter Und daher Macht davon auf jeden Fall Gebrauch Und das in der kommenden Woche Vom 1. April bis 8. April War das glaube ich Möglich Der nächste Absatz ist Das Flakfeuer Ein Punkt der mir sehr Auf dem Herzen liegt Und zwar ist es im Moment so Dass man Ja Zu einem Schiff ranfliegt Dann kriegt man 100% Flakschaden Sind da zwei Schiffe Kriegt man 200% Sind da drei Schiffe 300% Und so weiter Und so fort Also immer wenn man In diesen Range Rings drin ist Ihr habt hier eine tolle Grafik Die World of Warships Hier im Development Blog Veröffentlicht hat Wir haben den Artikel Für euch ins Deutsche Auf der Facebook Seite übersetzt Und euch die Grafik Natürlich da mit rangepackt Also wenn ihr Immer auf der Suche seid Nach deutschen Artikeln Wollt ihr dem Englischen Vielleicht nicht so mächtig seid Oder euch nicht die Mühe machen Wollt dazu übersetzen Kommt auf unserer Facebook Seite Hashtag Seacrouds Findet ihr uns bei Facebook Auch ohne Hashtag Also Da ist immer alles An deutschen Informationen verfügbar Und ihr seht jetzt eben hier Dass die Effizienz der Flakverteidigung Ein bisschen angepasst wird Das ist immer noch so Und das finde ich eigentlich Eine sinnvolle Neuerung Ich weiß viele von euch Werden das wahrscheinlich Eher als nervige Neuerung Empfinden Aber es gilt halt auch Um die Balance Zwischen den Kapitänen Der Standardschiffe Und den Flugzeugträgern Irgendwo eine Balance zu finden Und es wird einen Moment dauern Bis man sich daran gewöhnt hat Aber auch danach Wird sich Ja Wird das dazu beitragen Dass auf beiden Seiten Der Spielspaß Trotz alledem Erhalten bleibt Auch wenn man vielleicht mal gefokust ist Das gehört auch dazu Counterplay in World of Warships Ist einfach Ja Eine entscheidende Rolle Wir sehen es hier Zwei Schiffe machen dann jetzt Nur noch 178% Anstatt 200 Drei Schiffe 250% Anstatt 300 Und so weiter Setzt sich die ganze Teilwelle fort Ich brauche es euch nicht Komplett durchlesen Ihr seht es hier In der riesen Grafik Eingeblendet Ja Es ist einem schon aufgefallen Dass sofern ein Flugzeugträger Im Spiel ist Oder auf jeder Seite einer Dass die Schiffe Eigentlich nur noch Gruppenweise Durch die Gegend fahren Das was früher Verpönt wurde Der sogenannte Lemmingtrain Chuchu Der findet jetzt Standardmäßig statt Weil sie sagen Naja in der Gruppe Traut sich der Flugzeugträger Eben nicht mehr an uns ran Weil wir uns halt Mit unserer Anti-Air addieren Und selbst die Schiffe Die keine Gute haben Profitieren von den anderen Das bleibt natürlich Im Grundsatz so Aber es soll halt Auch dazu führen Die Veränderung Dass man sich halt Auch mal wieder ertraut Zum Beispiel mit einem Schlachtschiff Auch mal alleine loszufahren Und oder mit einem Kreuzer Vor allem alleine loszufahren Und es halt nicht mehr Diese geballte Ladung Von Schiffen Die hinter einer Insel Hocken gibt Und so weiter Ich finde es interessant Mal gucken Wie es sich dann Letztendlich im Spiel Machen wird Genau Wir als Spieler Werden entscheiden Ob das eine sinnvolle Neuerung ist Oder nicht Und ja Schreibt uns gerne Die Kommentare dazu Auch hier Unter diesen Artikel Und vor allem begründet Auch gerne Warum ihr so denkt Oder was vielleicht Eine Alternative wäre Etwas zu verändern Um diesen Effekt Eines Flugzeugträgers Aufs Spiel Zu verändern Also ohne jetzt So zu sagen Die Flugzeugträger Müssen raus aus dem Spiel Das ist eine der wichtigsten Waffen im Zweiten Weltkrieg Gewesen Dieses Spiel Dreht sich um Dieses Event der damaligen Zeit Und die Flugzeugträger Gehören hier einfach In das Spiel rein Auch wenn ich ein Fan Davon aktuell gerade bin Sie haben damals Einfach enorm Große Rolle gespielt Darum Ist das für mich Gar keine Diskussion Ob sie hier sind Oder nicht Sie gehören da rein Ja Aber genug Von diesen Grundsatz Diskussionen So zu sagen Es wird nochmal Eine andere Änderung geben Das ist dann wieder Eher ein Nerf Für Flugzeugträger Und zwar Werden Flugzeuge In Zukunft In lokalem Wetter Immer Voll erkennbar sein Also es hat keinen Einfluss mehr Ob ihr jetzt In einer Regenwolke Fliegt Oder nicht Ihr seid einfach So zu erkennen Als ob der blaue Himmel ist Ist nicht ganz realistisch Allerdings sind wir hier Auch keine Simulation Müssen wir mal gucken Ob das dann später So erhalten bleiben Wird Also ich denke Ja Ist ein bisschen schade Für die Flugzeugträger Die von dem Schlechtwetter Modus Da gar nicht mehr Profitieren können Jede Schiff Bekommt eine geringere Sichtbarkeit Aber die Flugzeuge Nicht Also so ganz Leuchtet es mir Dann da doch nicht ein Okay Ja Dann wie gesagt Kann man nochmal Ganz doll erwähnen Ihr werdet jetzt Mit der Veröffentlichung Dieses Updates Nicht mehr die Möglichkeit Haben Eure Flugzeugträger Zu dem Sonderangebot Von Free XP Und Credit Punkten Die Flugzeugträger Zurückgeben zu können Ihr könnt sie natürlich Immer noch verkaufen Ganz normal Werdet dann aber Die ganz üblichen Abschläge hinnehmen müssen In den Credit Punkten Aber Ja Ihr müsst also Dieses Wochenende Entscheiden Und zwar Den 30. Bis 31. März Habt ihr dann Als späteste Noch die Entscheidungsmöglichkeit Wollt ihr die Flugzeugträger Behalten Oder wollt ihr sie Zurückgeben Wenn es Premium Flugzeugträger Gibt Sind Dann kriegt ihr sogar Die Dublonen zurück Und wenn es Erforschbare Flugzeugträger Sind Dann Kreditpunkte Und Erfahrung Free XP So nannte sich So nannte sich Ich glaube ich EP oder Free XP Ja Also Das nochmal Als kleiner Hinweis Und jetzt kommen wir zu Den Oberflächenveränderungen Im Hafen Und der Pass Das wird uns der Uwe Ein bisschen näher bringen Genau Ich werde es versuchen Und ich werde mich auch Relativ kurz halten Weil Diese Flapo Halt schon Wirklich Ellenlang wird Und Sie Wargaming Hat aufgeräumt Und hat gesagt Okay Wir folgen mal Den Kritiken Der Spieler Die sagen Ja Der Hafen Ist mir zu unübersichtlich Und es ist alles So voll Und so weiter Also haben sie gesagt Wir räumen ein bisschen auf Das gilt vor allem auch Für die Spieler Die neu mit dem Spiel anfangen Die also gerade Stufe 1 sind Oder so weiter Wer mehr als 35 Gefechte hat Für den werden die Änderungen Eher optischer Natur sein Für alle die die anfangen Die werden es merken Es gibt ab sofort Keinen Wehrpass mehr Die Wehrpassstufen Die haben sie gekillt Weil die sowieso An der Anzahl der gespielten Gefechte gehangen haben Insofern Es war ein bisschen Doppelt gemoppelt Und dann haben sie gesagt Das nehmen wir einfach mal weg Es gibt jetzt ein Banner Nicht mehr auf welchem Server Ihr seid Und wie viele Spiele Auf dem Server sind Weil das sowieso Relativ uninteressante Infos im Spiel sind Weil das wählt ihr Welchen Server ihr wählt Wählt ihr schon Beim Launcher aus Also das müsst ihr hier Eigentlich nicht mehr sehen Die Angaben sind aber nicht ganz weg Wenn ihr Escape drückt Also das Ausstiegsmenü kommt Da stehen die Sachen Dann nochmal drin Ansonsten Wenn ihr auf den Namen klickt Bleibt es dabei Ihr könnt immer noch Premium kaufen Freunde einladen Das Inventar ist natürlich wichtig Und ist auch dort geblieben Keine Frage Trotzdem es sind nur noch Vier Punkte Etwas übersichtlicher Und auch auf der Oberfläche Haben sie es ein bisschen Übersichtlicher gemacht So rum Also ihr habt den Premium Shop Und ihr seht dort auch Nach wie vor die Container Und die Missionen Und so weiter Und für alle die Die dann halt Am Anfang sind Da gibt es eine spezielle Einblendung Da kann man genau sehen Ich brauche noch so und so viel Kämpfe Bis ich zur nächsten Freischaltung bekomme Ihr wisst ja am Anfang Hat man keinen Käpt'n Keine Tarnung Keine Verbesserung Hochverbesserung Und so weiter Das wird ja erst Nach und nach freigeschaltet Jetzt wie gesagt Nicht mehr anhand von Werbpaßstufen Sondern anhand von Fortschriftsleisten Das soll das Ganze Etwas besser machen Zusätzlich dazu Noch als letzter Punkt Gibt es noch ein paar Anfängertipps Im Hafen Die aber Da braucht ihr Keine Sorge machen Wirklich nur für Anfänger Da sind Die also gerade Stufe 1 haben Die verschwinden dann auch Ab Stufe 2 sozusagen Aber am Anfang Wird euch gezeigt Wo was ist So eine Art Mini Tutorial Kann man sagen Ein neues Schiff Ist zum Beispiel Verfügbar Wird euch dann Im Tech Tree Eingeblendet Oder ihr bekommt Für bestimmte Spielmodis Habt ihr die Möglichkeit Kleine Erklärvideos Euch anzuschauen Das ist vielleicht auch Ganz gut Weil es ja Und auch das ist Eine Kritik Der Spieler Es gibt kein Tutorial In diesem Spiel Das sehr komplex ist Und die Leute Die reinkommen Und keinen haben Den Der ihnen das erklärt Die sind da manchmal So ein bisschen Auf sich gestellt Und dahingehend Haben sie dann Solche Sachen angepasst Genauso wie sie gesagt haben Erforschbare Module Bei Stufe 1 Das gibt es nicht mehr Weil die Module An sich Oder die Verwendbaren Zusätzlichen Einbaubaren Module Kommen es später Deshalb haben sie das Bei Stufe 1 Rausgenommen Sie haben das Alles so ein bisschen Angeglichen Um zu sagen Es ist für einen Einsteiger Einfach etwas Übersichtlicher Wir wollen es euch Etwas leichter gestalten Und ja Insofern Wir haben es Schon mal Wer sich erinnern kann Wir hatten schon mal Ein Livestream Vom amerikanischen Server Da haben sie es Schon ein bisschen Angetestet Mit ein paar Veränderungen Und das Ganze Gibt es dann jetzt Ab Montag Für alle Auf dem EU-Server Auch Genau Aber auch auf dem EU-Server Und auf allen anderen Servern Findet nämlich jetzt Die nächste Plan Wars Saison Start Nämlich Saison Nummer 5 Und da gibt es Eine Hauptänderung Also eigentlich Zwei Hauptänderungen Einmal Ist es jetzt möglich In Zukunft Auf vier verschiedenen Prime Times Oder auf vier Verschiedenen Servern zu fahren Nämlich Asien GUS Europa Und Nordamerika Alle haben sie Verschiedene Prime Times Also Zeiten In denen diese Klanggefechte Auf den Servern Gefahren werden können Ihr könnt die Einmal am Tag Auswählen Und zwar immer Ab morgens Um sechs Wird resettet Und ja Mittwochs Donnerstags Samstags Und Sonntags Finden die Gefechte statt Also Samstags Kann man auch mal Ganz locker sagen Auch wir machen Heute von 12 Bis 15 30 Die Gefechte Auf dem Asien-Server Anstatt erst abends In Europa Wieder unterwegs zu sein Finde ich Eine sehr sehr coole Neuerung Das wurde ja getestet Und wurde jetzt Für gut befunden Die Saison wird laufen Vom 3. April Bis zum 27. Mai Es gibt sonst Nicht sehr viele Veränderungen Es sind weiterhin Nur T10 Schiffe zugelassen Es können nur sieben Stück sein Ein Schlachtschiff Alles andere müssen Andere Schiffe sein Und Flugzeugträger Sind nicht erlaubt Obwohl sie das auch mal Getestet haben Genau Aber die haben wahrscheinlich Noch ein bisschen zu viel Einfluss Bei den Clan Wars Ich habe gestern erst Eine Umfrage bekommen Wie ich die Flugzeugträger In den Clan Wars fand Die habe ich auch beantwortet Und habe dann noch ein paar Dann noch mal was dazugegeben Weil sie halt auch gefragt haben Was müsste passieren Damit die Flugzeugträger In Clan Wars besser passen Und also in der ganzen Dichten Aber gut Lass uns mal hierbei bleiben Es geht um 11.000 Stahleinheiten Die ihr in den Clan Wars Erfahren könnt Diese Verteilung Wurde etwas verändert Nämlich geht schon In der Brise Liga los Und da könnt ihr schon Einiges an Stahl mitnehmen Selbst wenn ihr In Anführungsstrichen Nur in der Brise Liga spielt Und ja Das finde ich prinzipiell Auf jeden Fall schon mal Ganz cool Dass man einen Ticken leichter An das Stahl kommt Und nicht erst Irgendwie ab der Typhoon Liga Was mitnehmen kann Das hatten sie ja schon Vor einiger Zeit mal Verändert Wenn ihr mehr zu diesen Clan Wars erfahren wollt Dann lege ich euch Unsere Flaschenpost Ans Herz von gestern Da gibt es auch noch mal Diese Infos zu den Intergalaktischen Spielen Die Flaschenpost ist auch Nicht ganz so lang Wie diese hier Und deswegen Blenden wir einen Teil Der Informationen einfach aus Die findet ihr dann einfach In dem vorhergehenden Video Was wir euch gerade Oben verlinken Genau das war ein Wink Mit dem Zaunfall Wir machen also Ganz schnell weiter Damit es nicht Zu lange wird Und zwar kommen wir Zum Arsenal Update Was dann Ja gar nicht mehr Arsenal heißen wird Bye bye Es wird umbenannt In die Waffenkammer Gut das ist jetzt Erstmal eine Namentliche Umbenennung Aber es ändert sich Auch sonst noch So ein zwei Dinge Und zwar werden Aus dem Forschungsbaum Die Premium Schiffe Entnommen Die ihr dort für Dublonen Kaufen konntet Und die werden gesammelt Als eine Liste Ins Arsenal gepackt Das hat zum einen Die Vorteile Dass ihr alle Auf einem Haufen habt Also sozusagen In einer Liste Sehen könnt Man muss gucken Inwieweit dort eingeblendet wird Welches Schiff Ihr schon habt Oder nicht Das zweite Was vielleicht etwas Negativer ist Ist dass ihr sie halt Im Forschungsbaum Nicht mehr mit den anderen Schiffen Auf der gleichen Stufe Vergleichen könnt So einfach Da muss man sich jetzt Muss man wahrscheinlich Ein bisschen mehr hin und her blättern Und so weiter Aber gut Wir gucken uns das erstmal an Vorgaming hat gesagt Wir wollen es einfach Aus dem Grunde machen Damit die Forschungsbäume Ein bisschen übersichtlicher bleiben Zumal ja immer mehr Zweite Zweige Von Kreuzern Schlachtschiffen Zerstörern kommen Und so weiter Und damit das immer weiter In die Breite geht Und deshalb hat man gesagt Nehmen wir das Ganze raus Zusätzlich dazu Wird es aber auch Immer mehr permanente Tarnungen Und andere Dinge In der Waffenkammer Geben Was ja so ein bisschen Der In-Game-Store Von Wargaming Geworden ist Und wir gucken uns das mal an Wie das da so In Zukunft wird Genau Ahnung heißt Marlin Und die Black Die ihr hier schon eingeblendet seht Ist ja wunderschön Wie ich finde Sehr interessante Bonis Oder Was findest du? Ja Naja Auf jeden Fall Hallo 150% EP Und freie EP Und Captains EP Schade Schade dass ich das Schiff Nicht habe Und auch schade dass ich Die Tarnung nicht habe Aber Auf jeden Fall Schon mal erstrebenswert Sich dann vielleicht Den neuen Clan Wars Anzuschließen Genau Du hättest dir halt Die Black holen müssen Statt die Stalingrad Ich bin ganz zufrieden Mit der Stalingrad Kann ich auch verstehen Klar Aber man kann halt Nicht alles haben Man muss da irgendwie Priorisieren Ist bei mir genauso Mit der Alaska Und so weiter Also Gut Aber Ja Das ist die neue Möglichkeit Und diese Tarnung Bekommt man eben halt Auch nur für besondere Einheiten Und zwar für Kupfer Oder Mölibdien So wird das glaube ich Ausgesprochen Und die bekommt man nur Wenn man In einer der oberen Ligen Lass mich raten Taifun oder Orkan Liga reicht Wenn man die erfolgreich Also wenn man da aufsteigt Hat man dann eben Am Ende diese Ressource bekommt Um dann diese Sachen Eben frei zu halten Gut Dann kommen wir schon Zum nächsten Thema Und das nächste Thema Ist dann Änderung bei der Game Balance Und zwar betrifft Das in erster Linie Die Flugzeugträger Hier nochmal verändert werden Und zwar wird die Reisegeschwindigkeit Für Flugzeuge Aller Flugzeugträger Auf der Stufe 4 Um 10% erhöht Das wird den Spielspaß Sicherlich förderlich sein Am Anfang ist es doch Sehr sehr mühselig Wie die Flugzeuge da rum Ich will mal fast sagen Segeln Und Ist manchmal schon Wunder Dass dich dein Zerstörer Unten rechts überholt Und Ja Manchmal hat man das Gefühl Torpedos im Wasser Sind schneller als Irgendwo in der Luft Ganz genau Also 10% ist so das Minimum Was man da braucht Damit man nicht das Gefühl hat Ich fliege los Und wenn das Game vorbei ist Komm ich dann vielleicht Irgendwann in der Mitte an Oder so Also das ist auf jeden Fall Wichtig Aber neben der Geschwindigkeit Haben sie ja noch ein bisschen Mehr was verändert Genau Und zwar den Träger Furious Den T6 Träger Der britischen Royal Navy Da wird die Standard Werden die Standardbomber Verändert Und auch die Erforschbaren Bomber Und zwar wird die Fluggruppe von 1 auf 2 Erhöht Dann Wieder nur bei den Standardbombern Wird die Flugwartungszeit Von 142 auf 96 Sekunden Reduziert Also wie schnell Bomber wieder an Deck Geschoben werden Ob das dann jetzt auch Für die erforschbaren Bomber Zählt Oder ob die bei 142 Sekunden Bleibt offen Steht hier nicht Ihr könnt mir das vorstellen Ja Aber wie gesagt Wir können nur das Wiedergeben was hier steht Und alles andere Sehen wir dann ab Montag Dann gibt es natürlich Weil jetzt ja Zwei Bomber Die nebeneinander fliegen Auch mehr Fläche abdecken Eine größere Ellipse Die dann Bei den Standardbombern Um 22% steigt Und bei den erforschbaren Bombern Sogar um 30% Heißt es wird Prinzipiell schwerer Wenn der Ziel Nicht diese Ellipse Komplett aus Ausfüllt Dass ihr dann Die komplette Bombenladung Auf das Ziel Lenken könnt Das ist sicherlich schwerer Allerdings wird es auch schwerer Für ein Ziel Euch auszuweichen Muss man ja auch sagen Und ihr werdet immer Irgendeinen Schaden Wahrscheinlich in der Regel Machen Dritter Punkt Bei der Furious Ist eine Nerf Und zwar Von dem Alpha Damage Der Torpedos 5930 Runter auf 5200 Und der Wassereinbruch Die Wahrscheinlichkeit Wird reduziert Von 51% Auf 45% Außerdem werden die Staffeln Natürlich erhöht Also wenn ihr natürlich Mehr Flugzeuge dabei habt Die in der In der Angriffsstaffel Gerade sind Dann ist diese Staffel Die quasi in Standby Hinter euch Ein bisschen fliegt Schneller verbraucht Heißt ihr macht jetzt Nicht mehr 4 Angriffe Sondern halt nur noch 2 Angriffe Dafür seid ihr eben Ein bisschen effektiver Pro Zielanflug So kann man das eigentlich Ausdrücken Ja Richtig Und ja Das ist eigentlich das Was man zu den Hauptänderungen Bei der Game Balance Sagen kann Und jetzt kommen wir dann Schon zum nächsten Punkt Und das sind ja die Ergänzungen Verbesserungen in diesem Spiel Und da fangen wir dann direkt an Mit der Stream Dream Lackierung Ne Uwe Stream Dream Ja ja Es wird noch ein Nettes Wortspiel geben Ja die gibt es Im Verlauf von Offiziellen World of Warship Streams Und wir haben am Anfang Schon mal gesagt Wir hatten schon zweimal Das Vergnügen Diese Flapo zu Moderieren Testweise Und Wir haben uns da schon Darüber unterhalten Fallen da die Twitch Container weg Oder gibt es die Zusätzlich Und bekommt man die hier Für So wie bisher Bei den Twitch Containern Auch Bei allen Warships Twitch Streams Oder nur noch Bei den offiziellen Und wie kriegt man die dann Automatisch Oder per Code Oder was auch immer Wir wissen es nicht Sie sieht ganz nett aus Die Werte sind Naja Wenn ich mir jetzt eben Die Tarnung von der Black angucke Dann sieht das fast schon Langweilig aus Trotzdem 100% freie EP Ist durchaus nie schlecht Insofern Warten wir es mal ab Wann sie denn da kommen Ansonsten gibt es noch So ein paar kleine Änderungen Ähm Da übergebe ich jetzt Aber das hat Flugzeugträger Das ist so gar nicht Mein Thema Also Wir bekommen eine Andenkenflagge Für die Saipan Hinzugefügt Und außerdem Und das steht hier Das ist ganz interessant Für alle die Vielleicht alle Flugzeugträger Haben wollen Ja Es wird demnächst Wahrscheinlich auch Ein Armada Paket geben Für alle Flugzeugträger Und da wird das dann halt auch Mit beinhaltet sein Diese Andenkenflagge Für die Saipan Ist da irgendwie dann auch Mit drin Und Geht eigentlich noch weiter Es gibt noch einen Aufnäher Hier Der da hinzugefügt wurde Oder Dann noch eine Aufnäher Für Teilnehmer des Turniers King of Seas Welche hinzugefügt wird Für besondere Errungenschaften Naja Und dann Gibt es als nächsten Punkt Wieder einen ganz wichtigen Punkt Den ihr euch herausstellen solltet Nämlich die Azuma Kommt ins Spiel Genau Was für den einen Die neuen Flugzeugträger sind Ist für mich die Azuma Für eine Million Kredits Ab Montag erhältlich Der T9 Kreuzer Der Japaner FreeXP Ja FreeXP Schön wär's ja für normale Nein, nein FreeXP natürlich Wir werden euch den natürlich Zeitnah Hier auch dann Im Trockendock vorstellen Und ich freue mich da persönlich Einfach sehr drüber Mal gucken Ob die Ernüchterung der Alaska Hier wieder einer Freude weicht Und so weiter Also seid gewappnet Ab Montag Haltet eure FreeXP zusammen Ihr werdet sie dann Hoffentlich brauchen Und einsetzen Genau Der eine oder andere Mehr oder weniger Auf jeden Fall Eins möchte ich euch Auf diesem Weg Auch auf jeden Fall mitgeben Natürlich werden wir die Azuma Bei uns vorstellen Früher oder später Auf jeden Fall Und dann Noch den Hinweis geben Es wird noch eine größere Schwester von der Azuma geben Nämlich die Yoshino Die wird nämlich die größere Schwester der Azuma sein Aber das dann auf T10 Und das Schiff wird für Kohle verfügbar sein im Store Also müsst ihr euch überlegen Ob ihr ein T9 Und dann ein Spiegelbild nochmal auf T10 haben wollt Ich sag mal Kronstadt und Stalingrad Ist ja so ähnlich Stalingrad gab's für Stahl Aber die Yoshino Aber die Yoshino wird für Kohle Verfügbar sein Und die wird Voraussichtlich Besser sein als die Azuma Voraussichtlich teurer Als die bisherigen Kohleschiffe Das natürlich auch Ja Insofern Spart da nicht nur Eure Free XP Sondern auch die Kohle Und entscheidet euch Ob ihr beide haben wollt Oder ob euch eine reicht Und man weiß halt nur noch nicht Wann das Kohleschiff Dann rauskommt Bei der Azuma Wissen wir Die kommt jetzt am Montag Genau Und eine Sache Eine letzte Sache Für die Azuma Respektive Yoshino Die Azuma Hat keine Torpedos Zumindest Soweit ich das weiß Und die Yoshino Wird zwei Werfer haben An jeder Seite Und die Torps Die kommen zwölf Kilometer weit Also allein das Ist vielleicht auch nochmal Ein Grund Weil die Kaliber Und so weiter Sind genau die gleichen Von daher Ja Schauen wir einfach mal Ob Ja Ob euch das Für was ihr euch entscheidet Könnt ihr auch gerne In die Kommentare schreiben Azuma oder Yoshino Ich tendiere im Moment Schon sehr sehr stark zu Ganz ehrlich sagen Befolgen die Azuma Für Free XP hole Naja Schauen wir mal Mal schauen Ich weiß es selber auch noch nicht Up to you Genau So Und dann kommen wir zu Leistungsverbesserungen Und zwar Gibt es ja eine Problematik Oder gab es ja mehrere Problematiken Immer wieder Abbrüche FPS Drops Also den ganzen Kram Und zwar haben sie Jetzt noch ein paar Probleme gefunden Und zwar wollen sie In der Benutzeroberfläche Im Hafen Hier die starken Verzögerungen Die teilweise aufgetreten sind Eben jetzt mit dem Update im Griff bekommen Das lag an Verschiedenen Spiel Also Game Mechaniken Im Hintergrund Die da jetzt adressiert werden Und auch die Texturerneuerung Wenn man brennt Wenn man Wassereinbrüche hat Und so weiter Die findet jetzt anders statt Erstmal Das muss überarbeitet werden Im Hintergrund Es gibt jetzt so eine Alternative Mechanik Für die Texturen Und die wird jetzt Überarbeitet Und dann mit dem Nächsten Update Kommt dann eine neue Technologie Für diese Textur Loading Geschichte Also das jetzt Nur mal ganz grob Gebracht Weil da wollen wir Jetzt nicht so weit Ins Detail Einsteigen Und dann gibt es Hier Ihr seht es jetzt gerade Ich bin jetzt Im letzten Punkt Hier angekommen Sonstige Änderungen Und Verbesserungen Es gibt viele Geometrieänderungen Es gibt optische Sachen Städte bei Ring und Splitter Hinzugefügt Vielleicht noch eine ganz Nette Sache Ist hier Dass bei dem Koop-Gefechten Jetzt nicht mehr Unbedingt immer nur Genau gespiegelt wird Beim Team So eine Sachen Verändern sich halt Jetzt Dann gibt es Änderungen Bei dem alternativen Permanenten Farb Farbschema Für die Leander Ja Dass man da Auf jeden Fall Jetzt auch eine Alternative hat Und was ich Auch unbedingt noch Mal erwähnen wollte Ist das Verbrauchsmaterial Jäger Da hatten wir Sogar mal ein Gefecht Wo wir dieses Gefecht Möglicherweise Deswegen verloren Haben Weil ich den Flugzeug Gegnerischen Bomber Nicht abschießen konnte Weil mein Jäger Den ich eigentlich noch hatte Den konnte ich einfach Nicht auslösen Die Piloten haben Gestreikt Und ich hab sie Über Bord geworfen Und bin damit Untergegangen Er ist den Piloten Über Bord geworfen Ja Weil der nicht fliegen Wollte Er ist den Piloten Über Bord geworfen Und deswegen bin ich Dann versenkt worden Nein auf jeden Fall Wird dieser Fehler Jetzt halt auch Adressiert Und der letzte Jäger Ist dann halt auch Jetzt immer mit Dabei Und Kann halt Genutzt werden Und dann gibt es hier Ihr seht eine riesen Liste An kleinen Änderungen Die da noch Eine Rolle spielen Ich möchte jetzt hier nicht Oder wir möchten jetzt hier nicht Jede Kleinigkeit noch mal Mit euch durchgehen Dann sind wir jetzt noch Noch anderthalb Stunden Dabei so ungefähr Wir haben jetzt 47 Minuten voll Und Wir sind kürzer als zuvor Ja kürzer als zuvor Und Es gibt so spannende Dinge Wie die Position Der Flugzeuge An Deck Der Enterprise Wurde verändert Wow Wahnsinn Weiß ich nicht Warum man das macht Aber okay Also wenn ihr das Sehen wollt Und wenn ihr es nochmal Nachlesen wollt Dann macht das Auf der Seite Denke mal Wir haben euch Alle wichtigen Sachen Zusammengetragen Alle Sachen Wo wir auch eine Meinung Dazu haben Und wir würden auch Uns freuen Wenn ihr euch Wenn ihr uns Eure Meinung So rum Mitteilt Als Kommentar Unter dem Video Wie ihr das findet Was ihr findet Sowohl zu Azuma Als auch zum Clan Boss Als auch zur Space Games Als auch zu Den neuen Britischen Flugzeugträgern Und 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 natürlich auch Zu dem leicht veränderten Format Der Flapo Genau Da würden wir uns Sehr darüber freuen Wenn ihr Da mal Was zu sagt Wie ihr das findet Doppelmoderation Ein bisschen anders Einfach Vorgetragen Würde mich auf jeden Fall Sehr freuen Oder uns sehr freuen Und jetzt bleibt uns Eigentlich nur Danke zu sagen Für eure Zeit Dass ihr hier wieder So zahlreich Dabei wart Und uns den Daumen nach oben Dagelassen habt Und wenn ihr es Noch nicht getan habt Dann überlegt ihr Jetzt vielleicht Konstruktive Feedback Ist auf jeden Fall Immer erwünscht Daumen nach oben Abos hatte ich eben Schon gesagt Wenn ihr uns Noch nicht abonniert Tausend Abos Genau Tausend Abos Haben wir schon erreicht Vielen vielen Dank Dafür Und wenn ihr uns Jetzt das erste Mal Seht Dann würde ich mich Sehr freuen Wenn auch ihr sagt Ja davon möchte ich Mehr Informationen haben Vielleicht in einem Kürzeren Video Gibt es ja auch Immer wieder So ein Update Video Ist halt teilweise Immer wirklich sehr sehr Lang Und ja Zu guter Letzt Weitere Empfehlungen Würde ich mich Sehr darüber freuen Davon leben wir Wenn Du deinem Kumpel Sagst Ey cool Da gibt es jemanden Der bereitet das Vernunft auf Dann Ja Hilft uns Das sehr sehr stark In dem Sinne Uwe Vielen Dank an dich Vielen Dank an Unsere Zuschauer Und wir sehen uns Beim nächsten Mal Hier auf dem Seacrots Kanal Haut rein Euer Seacrots Team Der Uwe Bis bald Genau Und Meine kleine Wenigkeit Bis dann Ciao Ciao